So, herzlich willkommen zu Teil 25 jetzt mittlerweile und das werden nicht die einzigen bleiben. Wir wollen mal versuchen, ob wir jetzt nicht den Banditenanführer mit unserem geringen Schaden, den wir machen. Gut, es ist schon etwas mehr geworden, aber ja, du mich auch. Ja! 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 Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken! Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken! Sieg oder Sogengarde! Euer Kopf noch meine Band zieren! Sieg oder Sogengarde! Er weiß, Sieg oder Sogengarde! und zwar nehmen wir mal eine die 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 Oh nein! Wir werden Pimmelswand nicht für ihn verlassen! Wahre noch! Geh nie klein weit! Mir noch nicht! Du bist noch nicht tot! Nun komm, Onkel Otto! Wir wollen zu den Narben gehören! Ja, ich muss nur einen Aufrufschungsdarm drängen hier. Ich liebe Herausforderungen! Ich liebe Herausforderungen! Ich liebe Herausforderungen! Reinigen, wenn ich nicht beeindruckt bin. Ähm... Was ist da eben eine große Klappe? Sieg oder Bögenwahl? Auf geht's! Hier ist das Ticket! Oh, Meridia Stern! Ähm... Ähm... Gewicht 0,5! Ähm... Schauen wir erstmal was wir gucken hier! Ähm... Schwarze Pfeil! Nehmen wir mit! Nehmen wir auch mit! Können wir verkaufen! Bim Bim! So... Hier oben... Habe ich den Bogen schon angesagt? Hatte ich doch eben, ne? Ja... Ne... Irgendwo mit einem Trunkenschlag oder so... Kaiserliche Bogen des Trunkenslags... Ja... Okay... Ähm... Nehmen wir nicht mit dem... Nehmen wir nicht mit dem... Äh... 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 So... Ähm... Warte geht's... Plündern... Gut geplündert ist das halbe Leben! Wurde... Ihm... Äh... Da ist auch noch eine Rüstung drin, aber... Die, zu der kommen wir später. Vielleicht guck ich mir die Rüstung dann auch erstmal aufkämmen an. Weil, ja, ich hab da so ne gewisse farbliche Vorstellungen. So, ähm, hier unten warten. Achso, hier hab ich ja noch einen zum Plündern. Au, was ist da noch? Achso, ja. Ähm, okay. Hier ist doch noch... Au, Lehm. Juhu. 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 Ich wollte nur zwei Dahlbaden machen. So ein Rest Eisenbaden. So jetzt wechsel ich mal kurz auf die dritte Person. Die wollte ich mal remodieren. Hemusacrocrutidirt minimal. Ähm, da ist die Serapin-Amovinal. So. Hier findet Eigen. Ja, eigentlich schon. Äh, 10 Liter. Jeder etwas sagt Bescheid bei jedem. Ich sage nicht, dass ich der Westisch. Werft einen Blick darauf. Ja, erstmal werfe ich hier einen Blick, dass ich mal ein bisschen was los werde. Ich brauche Tragkraft. Wirklichkeit. Weißenstiefel weg damit. Pilzhelm weg damit. Ähm. Steuerrüstung weg. Steuer Schienenstiefel weg. da kommen die kannst du aufregen ist zu schwer ist zu schwer ist zu schwer ist zu schwer so was hast du denn schönes was ich kann das richtig gewalt habe ich schon hast du irgendwas gegen feuer oder so frost habe ich schon aber das mit der müdlichkeit trotz alledem bleibt auf der hut so habe ich jetzt eigentlich den jagdbogen der seelen aussieht mein tag kann ich nicht nur ich hab irgendwo ein ding nicht geplündert ich hab mich schon gewundert warum ich so schnell gewesen eine neue hand berührt den sterben hört mich hört mich an und gehorcht eine schändliche dunkelheit ist in meinen tempel eingedrungen eine dunkelheit die ihr vernichten werdet und ich werde euch zum werkzeug meines läuternden lichtes machen ja ja was du nicht alles machen willst so wird diesen noch weiß lauf und hoffen dass wir nicht in die arme von einem vampir kommen gut euch an meiner seite zu haben ich könnte ich bin erschrocken ich bin erschrocken ich bin erschrocken dann speichere ich eben ich bin erschrocken ich bin erschrocken ich bin erschrocken und sage ich bin erschrocken bis Bis zum nächsten Mal.